Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Super Luigi Bros. Wunder. So, das letzte Mal war ein bisschen stressiger als heute. Das habe ich ein bisschen Kram auf der Blüteninsel gemacht. Wir können jetzt... Uh, was ist das denn? Die Schwebepirouette. Und im Garten der Piranienpflanzen machen. Ich möchte jetzt alle Level erstmal fertig machen. Auf der Blüteninsel sind die Nummer D4. Es wird wahrscheinlich diese Episode füllen. Und dann morgen oder in der nächsten Episode werde ich Stuff machen. Also irgendein anderes Gebiet. Ich glaube, ich gehe dann der Reihe durch. Ich mache mal das Schwebeabzeichen. Die Schwebepirouette 1. Abzeichentest. Drücke in der Luft R oder schüttle in Kontrolle, um etwas höher hinaufzuschweben. Oh, Double Jump. Äh, so. Warte mal, brauche ich Tempo. Sprung. Spin. Schaffe ich es? Ja. Okay, cool. Ist ja fast der Easy-Mode. Oh, ich habe das geschafft. Easy. So nice. Okay, das hat sich jetzt darüber gedreht. Kann ich das noch erreichen? Ja. Okay, okay. Easy. Okay, ich will da hoch. Äh, Moment. Dann fahre ich hier ganz runter. Und... Wusch. Easy. Okay. Das Abzeichnis ist ganz cool. Ein Double Jump. Ich mag ihn aber nicht. Weil er mich alten Mann... ...zu einer Taste mehr verpflichtet. Und ja, ich bin mittlerweile... ...oder ich fühle mich so alt, dass ich es... ...komplexe Tasten-Kombinationen schaffe ich nicht mehr. Aber cool, toll gemacht. Und wir haben sogar... ...das Abzeichen, das du gerade verwendest, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Nein. So, what's next? Im Garten der Piranha-Pflanzen. Here we go. Done. Okay. Ich habe Angst. Oh, da kann ich in den Hintergrund. Gleich gesehen. Hallo. Kumpel von mir spielt Pokémon. Ah, so komme ich zu der Pflanzblume runter. Und ich hätte auch die Muncher... ...kaputt machen können. Nein, hätte ich nicht. Okay. Wir überleben das. Was haben wir hier? Nichts. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin fleißig. Ich habe die Muncher kaputt gemacht. Oh nein. Ähm. Wie komme ich da hoch? Oh. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich da hochkomme. Ah, so komme ich da hoch. Ja, gut. Wusste ich natürlich. Ich habe es mir gedacht. Und hier... Ach, da kommt noch ein Powerblock, wenn ich ihn brauche. Oh, cool. Den kann ich leider nicht mitnehmen, ne? No. Ciao, ade. Oh, Stern. Oh, Stern. Oh, ich habe den Stern erwischt. Oh. Noch einen. Keep running, 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 running. Okay, geschafft. Hallo, Piranha-Pflanze. Meine Münzen. Ah, nein. Ich wollte das. Was bist du für ein Muncher? Ein Weißer? Bin nicht wirklich. Da ist runtergefallen, ne? Bin ich irgendwo rein? Okay, wie komme ich zu euch? Was macht der Muncher eigentlich? Außer böse gucken. Okay, keine Ahnung. What's happened? Oh. So. What's happened? Oh. Oh. Warte. Okay, das Ding da unter mir bewegt sich. Hilfe. Hallo? Okay, im Hintergrund. Das Ding bewegt sich auch. Wie cool ist das denn? Kommt mal alle mit. Ist ein Pilz für mich. Das ist gut. Wirst du hierbleiben? Nein, stopp. Wir gehen da noch ein Stück zurück. Und dann... Bis später. Bis später. Oh, ich bin im Hintergrund. Moment. Feuerblumen. Neh mich mal mit. Damit ich sie jetzt gleich verlieren kann. Oh. Ich hätte auf die Muncher werfen sollen. Und dann gehen wir hier lang und holen uns den Wundersamen. Okay, das war sehr cool. Ja, ich habe eine Münze. Ich gebe die nicht aus. Ähm... Oh. Powerblock. Falsche Seite. Kann ich noch einen haben, bitte? Danke. Oh. Zum Glück. Und... Luigi-Time! Level beendet. Im Garten der Piranha-Pflanzen. Danke. Habe ich alle Münzen? Oh. Das wäre eine gute Frage, ob ich alle Münzen habe. Nein. Ich habe nicht alle Münzen. Ah. Oh. Nein, ich wollte nicht nochmal rein. Mache ich später. Kampfparty Blumen Arena. Okay. Was nehme ich mit? Ich glaube, ich nehme ein Feuer. Ja, Feuer, Feuer. Und... Woi, Saui. Ich starte aber mit Woi, Saui. Es geht ja auf Zeit. Ich vergesse das. Ah. Das Spiel hilft mir. Das ist voll nett. Jump. Geschafft. Okay. Viel zu lange gebraucht. 24 Sekunden. Oh nein. Jetzt muss ich schneller sein. Okay. Die. Weg mit euch. Weg. 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 Äh. Noch kurz ein Power-Block. Nice. Weg. Weg. Power-Block. Weg. Äh. Gib mir noch einen. Äh. Gib. Ah. Nein. Ich vergeig's gerade. Habe ich jetzt verdient. Verdammt. Gott, wie peinlich. Okay, das letzte schaffe ich nicht in sechs Sekunden. Nee. Da wäre Elefant gut gewesen. Uh. Ah, schade. Bisschen zu lang gebraucht. Bei den Manchas. Aber. Na. Nochmal. Oh, ich habe es um sechs Sekunden nicht geschafft. Noch schlimmer. Nein. Okay, ich hasse es. Das mache ich nochmal. Nur weil ich bei den komischen Manchern da das, das vergeigt habe. Ähm. Ist Waui Saui dafür richtig gut? Ähm. Delfin-Dingens wäre ganz gut. Hochspringen musste ich nicht. Okay. Ein Waui Saui natürlich. Und hoch. Attack. Attack. Okay, gut. Gut, gut, gut. Perfekt. 16 Sekunden. Kannst du hoch? Danke. Ah. Wieder Zeit verschwendet. So, der ist easy. Der ist easy. Der ist easy. Huch. Nicht schon wieder Zeit verschwenden. Ja, Pau. Okay, verkackt. Dann muss ich eben das so erledigen. Nein. Okay. Diesmal etwas schneller. Ich habe noch 30 Sekunden für... Was kam nochmal als nächstes? Ach, diese komischen Press-Dudes, ne? Ja. Für die wäre der Elefant noch immer gut gewesen. Aber eine Stampfattacke regelt auch. Stampfattacke regelt. Oh Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ach, sieben Sekunden noch, um durch die Räule zu kommen. Äh. Ich habe es geschafft. Uh. Easy. Easy Mode. Ja. Dankeschön. I did it. Was für ein geiles Screenshot. So. Haben wir das. Und dann noch das Wiggler-Rennen. Okay, beim Wiggler-Rennen nehme ich aber Dauersprint. Und, äh, ja. Genau das. Was auch empfohlen ist. Okay, ich habe Angst. Schade. Ich hatte nicht umsonst Angst. So. Und go. Verdammt. Ach, okay. Ich probiere es noch zweimal. Und sonst lasse ich es. Ah. Hallo? Das ist okay. Nein. 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 Luigi, let's go. Ich hab den da oben nicht gesehen. Oh mein. Okay. Über den drüber, dann hier. Ja, perfekt. Let's go, Luigi. Wieder Blitz. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Boah. Ich wär fast in den reingelaufen. Habe ich schon gewonnen? Ja, ja. Ich bin mega konzentriert. Fast in der lila Suppe gelandet. Und ich hab's gewonnen. Easy. Uh, das war echt schwer. Und mit den Pops. Nice. Da freut sich auch Mr. Wiggler. Auch der Screenshot ist wieder genial. Oh, jetzt können wir einmal im Kreis gehen. Und da ist was Neues aufgegangen. Wir haben es geschafft. Wir haben das Rennen gewonnen. Und anlässlich des Sieges hat uns Wiggler sogar ein Wundersamen überlassen. So wären unsere wahlen Freunde. Rennen sind schon was Tolles. Apropos Rennen. Eine Stunde noch bis zur Form 1. Ach, hier geht's einfach dann in die Spezialwelt. Ja gut. Das ist natürlich okay. Dann würde ich sagen, ich öffne mal alle Wege. Magma Tiefen. Ich hab ja genug Wundersamen. Fehlt mir irgendwo ein Wundersamen auf den Blüteninseln? Oder gibt's hier einfach keine Nachricht mit? Hey, du hast alle Wundersamen. Die es gibt. Aber es sieht so aus, als hätte ich überall die Wundersamen zumindest. Gut, als nächstes. Dann haben wir die Fungi-Minen. Ich find's nett, dass das Spiel irgendwie so eine Reihenfolge zulässt. Aber irgendwie macht's auch wenig Sinn. Weil muss ich alle Welten machen. So. Dann gehen wir mal in die wolkenlose Wüste. Und... Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauch das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen doch Durst haben. Aber ich jedenfalls nicht. Ja, Bowser Junior. Schon gut. Wir fliegen über die wolkenlose Wüste. Ist wolkenlose Wüste, oder? Ja. Wolkenlose Wüste. Oh, Florian will mit uns noch sprechen. Das ist ja die wolkenlose Wüste. Weißer Sand, so weit das Auge bleibt. Die Dünen strahlen in der Sonne. Im Palastia sollte es einen weiteren Königssamen geben. Puh, hier ist es ganz schön heiß, aber wir müssen weitermachen. Drücke L, wenn du die Karte sehen möchtest. Ich decke in letzter Zeit voll aus dem Videospielen auf. Oh, was sind das für süße Dinge rechts unten im Bild. Aber... Was ist das Story-Vice? Das ist der Prinz dieses Königreichs und er kennt die wolkenlose Wüste nicht? Wilder Dude. Aber... Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Die wolkenlose Wüste machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hat euch die Episode gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.